hallo leute ja wir sind an unserem ausgangsort ich war zurück habe alles entladen etc und hier müssen wir irgendwo gewesen sein weil da rechts und lese sachen alle die da liegen also war hier unser ausgangspunkt wo weg sind und jetzt müssen wir weiter schauen dass wir irgendwo was finden wo wir diese kerne kriegen hier schauts logo dann gehen wir aus dem großbildschirm ja das logo geschaut habt ihr seid auf dem großbildschirm wer weiß was er noch von mitgekriegt hat wo ich umgeschaltet war ich wieder zu schnell unterwegs ich höre irgendwie eine ganz böse stimme so ganz böses grummeln war das gerade ich weiß nicht wo hörte sich nicht gut an hört er sich so an als ob der größer ist ich sehe aber zurzeit nichts ok langsam vortasten ok irgendwo ist wer aber ich weiß nicht wo ich glaube da hinter dem baum ich glaube kommt kommt der wegen den bäumen hier nicht hin ich glaube ja ne wir wollen uns lieber nicht bewegen oder wie ist das ein troll ist es ok kann ich einen troll schlagen ist die frage hat er uns mitgekriegt oder nicht ich weiß nicht wie gut ich bin ob ich den aus knocken kann oder nicht jetzt ist auch die frage ob er uns folgen würde oder ob er uns gar nicht erst mal mitgekriegt hat ich glaube der steht da immer noch oder ich könnte mir vorstellen er hat uns noch nicht gesehen ich hoffe er ist alleine da und ist keine troll familie und gleich kommt der sohn oder sowas ok hier waren wir schon die bären haben wir schon mal gehabt ja dann würde ich sagen gehen wir mal ein stück hier lang vielleicht geht hier der düsterwald noch weiter ohne dass wir was ist das jetzt hier weiß schnee oder was das ist das schnee ich glaube das ist schnee ok gewisse höhen gibt es schnee oder was der war wohl angefroren oder wie soll ich das sehen tja das ist noch höher da ne da komme ich gar nicht hin war aber ich brauche definitiv irgendwie in der grabkammer oder sowas und nichts anderes weil da finde ich nur diese roten kerne ist da hinten was ne oder ist aber kein troll ne da ist nur ein großer stein ja jetzt raschelt es gerade wieder habe ich schon wieder panik ne da vorne liegen steine aufeinander dann ist doch da wieder was da sitzt da sitzt schon wieder ein paar drumherum von diesen komischen dingern da eigentlich wieder schon keine lust drauf aber naja nur drei schlag ok ok da haben wir sie alle ok war da was besonderes da ist noch wer ah da ist der obermacker das war nur ein baumstamm da ist aber eine kiste und die kiste hat man noch nicht alles nehmen geht schon wieder nicht mehr wir haben schon wieder irgendwelche sachen aufgesammelt die wir gar nicht brauchen wir schlüren vielleicht auch zu viel mit rum ne so wir kriegen jetzt hier immer weiter am berg lang wo der schnee ist ne aber so wirklich sehen tue ich jetzt nicht wo irgendwie so eine kraft ist oder ich könnte was zu essen vertragen dann machen wir das doch mal was kriegen als erstes leer also die brechbären sind jetzt nicht die ich essen sollte also zwei von denen oder die pilze pilze ist da hinten was momentan sieht das jetzt nicht jeder aus dass sie was ist außer dass da ein hirsch ist sollte ich den probieren haben wir gekriegt ne jetzt fängt es an zu regnen noch jetzt brauchen wir auf jeden fall einen höhleneingang und ich glaube hier ist einer oder oder was ist das hier sieht auf jeden fall danach aus die trollhöhle ist vielleicht nicht so das ideale okay da sind schon mal ein paar pilze das ist auf jeden fall nicht so wie eine gruft okay ich glaube da sind wir noch nicht bereit für der wirft so große sachen kommt er hinter mir her ich glaube nicht ne ich glaube das war es noch nicht da sind wir noch nicht bereit für könnte ich mir vorstellen aber lass uns mal hier bleiben und er auf jeden fall eine markierung setzen für die trollhöhle damit wir die wissen wo die ist nicht dass wir das vergessen trollhöhle haben wir das auch und was ist das für ein turm ist da einer drauf ne da oben ist ein vogel ne ne da ist ein skelett da ich warte nur auf eins das noch um die ecke kommt war aber nicht das ist bestimmt nicht nur eins oder da oben ist ein rabe drauf oder was das der würde federn geben wenn ich den kriege aber ach hier ist nix ist hier noch ein skelett ja da unten ja ok gehen wir erstmal hoch weil dann kriegen wir das von hier besser glaube oder ich glaube das kriegen jetzt nicht geregelt so oder doch vielleicht ich glaube das klappt so nicht oder da müssen wir anders regeln das müssen wir anders regeln aber das ist ja auch kein problem mehr da sind die knochen das geht aber noch höher gucken wir mal gerade oder kommt schon der nächste oder wie sehe ich das ich glaube skelette sind nicht so schlau ne auf jeden fall können wir hier gerade was gucken vielleicht werde ich es auch los wenn ich hier einfach rumbleibe weil es ist nur eins oder komm komm hier sind zwei es waren zwei also mit denen klappt es ja schon mal vor skeletten brauchen wir keinen schiss mehr haben aber wo sind die weggekommen wo sind die weggekommen 1 war ja auf dem turm oder waren die einfach nur im umfeld kann auch sein nicht so einfach das blöde an der ganzen schichte hier ist wasser hier ist nix und da ist auch nix jetzt sind wir hier am wasser ja sind wir quer durchs land durch die stürmische see wir stehen auch schon im wasser von oben regnet sowieso also eigentlich egal tja jetzt müssen wir gucken wie weiter weiter kommen mit ich würde jetzt mal vorschlagen wir gehen in eine richtung rundherum und dann hoffen wir dass wir irgendwo noch was finden was wir brauchen können ist das denn hier was zum abbauen das glänzt so ne ist nur der regen ist gerade nicht so eine tolle position hier unten ja ich weiß dass ich nass bin hier ist nix zu sehen das war das ein stein ok Da sind wir ein Stück höher, aber helfen tut das jetzt auch nicht so wirklich was, oder? Hier ist wieder der Distel, da ist ein Hirsch. Haben wir alles aufgesammelt. Das ist nicht das beste Wetter hier durch die Gegend zu laufen. Aber irgendwann muss es ja sowieso entdeckt werden, oder? Jetzt fang ich auch noch an zu frieren wegen Kälte. Die ganze Zeit durch Nest sind, ne? Das hier ist aber kein düster Wald mehr, das ist Grasland, okay? Dann bringt es mir das nicht. Ich könnte was zu essen vertragen, das sollten wir auf jeden Fall immer machen. Habe ich da gerade einen gehört, der zu mir kommen will? Da links leuchtete doch was, oder? Ja, da ist einer. Ja, und zwischen hier und zu Hause ist jetzt der weiße Berg wahrscheinlich, also der Schnee. Und da geht es ganz schön hoch. Kann sie wie so ein Känguru nur hoch springen, oder was? Jetzt haben wir noch nicht mal Energie dafür. Ne, das wird wohl nichts hier lang. Für das Springen habe ich jetzt noch was gekriegt, ne? Das sieht hier irgendwie so aus, als ob das was wäre, aber ich komme da nicht hin. Also das Gebirge ist schon verdammt hoch. Es hat auf jeden Fall schon mal aufgehört zu regnen, das ist wenigstens etwas. Sind das hier besondere Blumen, ne? Irgendwo ist schon wieder wer. Aber das ist hier eine ungünstige Stelle gerade. Oh, Gebirge. Gebirge ist ein neuer Bereich, den wir noch nicht haben. Du erfrierst. Okay, das ist schlecht. Dann gehen wir aus dem Schnee mal raus. Okay. Äh. Ich fange an zu frieren, ja. Und jetzt bin ich dann wieder warm. Das wäre wichtig. Jetzt rennen wir hier irgendwo so ziellos durch die Gegend. Okay, ich glaube unsere Energie geht wieder etwas hoch. Das heißt wir erfrieren nicht mehr. Das dauert ja auch nicht mehr ganz lange, dann sind wir trocken. Da ist noch ein Haus. Das einzige was uns jetzt noch fehlt ist, dass wir hier dem Troll begegnen, ne? Das wäre schlecht. Noch sechs Sekunden, dann sind wir trocken. Ah, da ist ein Turm. Keine Ahnung, ob gut oder schlecht oder Feinde da sind oder nicht. War der die ganze Zeit hinter uns hinterher oder was? Ist woanders noch einer? Ich sehe nichts mehr. Irgendwo muss noch einer sein. Ich weiß aber nicht wo. Was ist das? Das ist ein Spawner, oder? Jetzt ist es kaputt. Gut. Ist noch irgendwo einer? Irgendwo muss noch einer sein. Ich würde auch Steine werfen oder vertue ich mich. Uralter Samen. Okay. Mal schmeißen ihn mal weg. Harz schmeißen wir weg. Den uralten Samen haben wir. Naja, der ist wichtig. Den halte ich für wichtiger als das andere alles. Was liegt denn hier rum? Stein. Stein. Was ist das hier für ein Gestell? Harz, den haben wir weggeschmissen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir nach Hause kommen. Und das müsste eigentlich in diese Richtung sein. Ja, ich würde sagen, ich begebe mich zurück. Hoffe, dass nichts schief läuft. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich erst mal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.